Hallo, mein Name ist Martin Schneiderhahn und ich möchte euch heute etwas erzählen zum Thema Skischuhe, vor allem zu den Größen der Skischuhe. Beginnen möchte ich zunächst einmal mit der Erklärung der Größen, die in Mont-o-Point-Größen angegeben werden. Mit der Mont-o-Point-Größe wird die Länge der Innensohle eines Innenschuhs in Zentimeter definiert. Ich möchte das jetzt erklären anhand eines Beispiels. Bei diesem Lange-Skischuhe in der Größe 27.0. Schauen wir da mal rein. Am Innenschuh steht 27 und 27.5. Jetzt machen wir mal die Sohle raus. So, und die Sohle messen wir jetzt auch und die hat auch 27.5 Zentimeter. So, jetzt vergleichen wir das identische Modell. Der gleiche Schuh in der Größe 27.5 Mont-o-Point. 27,5 Mont-o-Point. 27,5 Mont-o-Point. Innenschuh raus. Steht jetzt genau das gleiche drauf. 27 bis 27,5. Sohle raus. Die Sohle messen wir. Und siehe da. Genauso lang. 27,5. Wenn man die Sohle jetzt übereinander hält, sind diese genau gleich lang. Jetzt erkennen wir hier, der einzige Unterschied zwischen den Modellen 27,0 und 27,5 ist die Stärke der Sohle. Rechts die Stärkere, also 27,0. Links die Dünnere, also 27,5. Das bedeutet, wenn wir zusammenfassen, dass 95% aller Modelle, aller Hersteller, egal welches Modell, sind Doppelgrößen. Gleiche Schale, gleicher Innenschuh, gleich lange Einlagesohle, nur unterschiedlich dick. Warum macht die Industrie das? Ganz klar, um Kosten zu sparen. Weil die Schalen sind unheimlich teuer in der Herstellung, vom Formenbau her und sie spart sich natürlich dadurch auch Lagerhaltung. 3S Ski bietet Ihnen nun einen ganz besonderen Service beim Kauf eines Skischuhs. Wenn Sie einen Skischuh bei uns bestellen, egal ob 27,0 oder 27,5, legen wir diesen SIDAS Spacer mit in die Schachtel. Sie können dann hergehen und diesen Volumenreduzierer unter die Einlagesohle drunter legen und können somit das Volumen im Innenschuh variieren. Sie können daraus zum Beispiel dann einen kleineren Skischuh machen. Egal ob bei Herren- oder Damenmodellen. Der Vorteil ist, Sie wissen nicht, brauche ich einen 27er oder einen 27,5er? Brauche ich einen 26 oder einen 26,5er? Spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie bestellen bei uns den 27,5er und wir legen diese Sohle bei und Sie haben dann damit mit einer Bestellung im Prinzip zwei Größen geliefert. Sollte dann der Schuh zu klein oder zu groß sein, dann tauschen wir gerne um in die nächst kleinere oder nächst größere Schalengröße, also sprich in einen 26,5er oder in einen 28,5er. Wir sprechen ab einer Flexhärte von 110 von einem sportlichen Skischuh. Die Flexhärte sagt aus, wie hart die Schale ist und je höher die Zahl, desto sportlicher. Schauen wir einmal diese Sohle an, die serienmäßig bei diesem Beispiel mitgeliefert wird. Diese ist leider gesagt orthopäisch gesehen eine einzige Katastrophe. Herstellkosten vielleicht 1 bis 2 Euro das Stück und über diese Sohle, da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Schuh 100 oder 400 Euro kostet. Bei allen Modellen sind im Prinzip solche billigen Sohlen drin. Die einzige Ausnahme bildet vielleicht Salamone oder Atomic, die serienmäßig bereits bessere Sohlen mitliefern. Und über diese Sohle laufen alle vertikale Kräfte beim Skifahren. Egal ob Sie auf einer Eisplatte fahren, ob Sie über einen Buckel fahren, alle vertikalen Kräfte gehen über diese Sohle, über den Skischuh, auf Ihren Ski und wieder zurück auf Ihren Körper, auf Ihre Muskulatur. Wir empfehlen Ihnen eine individuell angepasste Sohle von SIDAS oder von Budok. Sie können diese sich überall machen lassen, im Sportfachhandel, an Ihrem Urlaubsort oder auch bei uns. Diese hochwertigen Sohlen von SIDAS haben den großen Vorteil, dass die Auflagefläche auf bis zu 90% erhöht wird, Sie haben eine wesentlich bessere Durchblutung, Sie haben kein Sohlenbrennen und Sie stehen einfach viel besser im Skischuh. Wir empfehlen das dringend bei jedem sportlichen Schuh ab einem Flexwert von 110 oder 120 sich eine solche Sohle zu machen lassen. Und wenn Sie sich so eine Sohle dann machen lassen, dann ist eh sowieso ganz egal, ob Sie ein 27er oder 27er 5 bestellen, weil diese Sohle kommt raus und diese Sohle, diese hochwertige SIDAS Sohle kommt rein. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen heute einige Tipps geben beim Kauf von Skischuhen online. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Skifahren, eine super Saison und viel Spaß mit Produkten von 3S Ski. Bis zum nächsten Mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020